Wenn man sowieso dran gewöhnt ist, dass es keine Absicherung gibt. Das ist so ein permanentes Leben, auf der, wie sagt man, auf rasierend Linie. Also für jeden, sei es Rentner oder Schüler, Student, Geschäftsmann oder einfacher durchschnittlicher russischer Bürger. Deswegen ist es einfach ein ganz anderer Umgang auch mit dem Gesetz. Und dieses Gefühl der kompletten Absicherung gibt es nicht. Und dann entsteht natürlich dadurch ein anderes Lebensgefühl. Ich glaube, dass viele Menschen hier zu verwöhnt sind durch diese Sicherheit und in gewisser Sinne einer bestimmten... Jetzt ist mir das Wort aus dem Kopf. Stabilität, die hier herrscht. Dass man extrem verwöhnt ist. Stabilität 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 Untertitelung des ZDF, 2020